MW ist schon ein richtiges Geschneit, ey. Also zu 80% ist das nur irgendwo hocken und warten, dass einer kommt, ey. Also da ist BO3 und IW schon eine ganz andere Hausnummer von der Geschwindigkeit, ey. Aber das ist so, da kannst du bei MW kannst du dich so richtig entspannen beim Zocken. So, ich hock mich jetzt mal ins Eck und warte, kauen wir noch nebenbei meinen Sack. Ja, genau. Und bei IW so. Boah, Alter, voll gestresst. Alter, wo kommt der Nächste? Alter, ich bin schon wieder tot. Nein, schon wieder, nein, schon wieder, nein, schon wieder. Boah, Tobi, guck mal. Du siehst den Zigarettenkallen, ne? Ne. Guck mal genauer hin. Das ist ein Gesicht. Das ist ein Gesicht. Krass. Das ist ihr dickes Gesicht. Das ist doch die aus Berlin Tag und Nacht, oder nicht? Ja, ja. Ja, das ist ihr dickes Gesicht. Guck mal genauer hin. Man weiß jetzt nicht, ob es eine Spiegelung ist oder der Rauch. Das ist ihr Gesicht, wo sie dick war. Nein. Doch. Oh, ich habe schon wieder Schluck auf. Denkt jemand an mich und knutscht einen anderen. Ja, ich kann es nicht sein, Tobi. Hm? Ach, was nehme ich denn? Ach, ich nehme mal das Scharfschützengeher. Boah, der startet mich schon wieder von der Seite aus. Wie hindert, ey. Ich sehe da noch keinen Kornnachteil. Ja, doch, ich schon. Ich kenne ihn ja schon von früher. Boah, wieso kann ich jetzt nicht mehr so lang sprinten, ey? Oh, ich habe den Perk weggemacht. Nein, der war schneller wie ich. So ein Fettsack auf der Brille. Was, du hast einen Fettsack auf der Brille? Einen Fettsack. Ach so. Tobi, ich bin genau hinter dir. Ich habe Hilfe für uns gemacht. Ich habe einen Kill für uns gemacht. Guck nicht. Ich habe einen Kill gemacht. Sehr schön. Er guckt doch mal lieber in die andere Richtung. Ah, okay. Da hinten ist einer. Ey, irgendeiner hat mich weggeschnipert. Ja, den habe ich gerade gesnipert. Den Typen, der dich weggeschneitert hat. Der Sniper, der den Sniper weggeschneitert hat. Ja, oder so ähnlich. Toastbrot. Da kommt einer. Oben am Dach habe ich einen weggeholt. Warte mal eben noch kurz. Was ist mit Wichser? Das war meine Freundin. Warum sagt die Wichser? Das war irgendwo mit dem Handy oder so. Es kommt ein Luftschlag. Nein, bitte nicht. Oh, jawohl. Ich habe sie alle gesehen. Da ist die Drohne. Jawohl. Habe ich einen voll weggehauen, ey. Wie viele einen? Nicht mal einen. Doch, einen habe ich gegauen. Also, dass ich gerade hier die Pizza gegessen habe. Dieses Pizzabrötchen da. Das macht sich gerade bemerkbar. Wie denn? Ich muss die ganze Zeit furzen. Ich habe deinen Tod gerecht. Na ja, ich habe den nicht mal gesehen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Untertitelung des ZDF, 2020